Jungs mobben einen behinderten Fußballspieler. Okay, los geht's. Also ich möchte ein Fußballer werden. So wie Cristiano Ronaldo. Mein Traum wäre es, einen großen Sponsor wie Nike zu repräsentieren. Das ist in der Tat ein sehr, sehr großer Traum. Cristiano Ronaldo ist so einfach der meistgefolgteste Mensch auf Instagram und mit einer der berühmtesten Personen der Welt und der beste Fußballer der Welt. Sehr großer Traum, aber nichts ist unmöglich. So, und er wird auch direkt hier ausgelacht. Was ist daran so lustig, Ben? Tut mir leid. Hat er gesagt, er will Fußballer werden? Wie willst du denn überhaupt schießen? Ich kenne deine Art zu kicken nicht, Ben. Aber für einen Schuss braucht man nur ein Bein. Siehst du? Oh, Schatz fired. Also da wird, hier wird hin und her geschossen. Beämpelt dich. Das hast du davon. Weißt du, Alex, statt Fußball solltest du lieber... Es reicht. Alex ist jetzt dran. Nein, 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 nein. Nein, ist okay. Ich will's hören. Lieber was? Himmel und Hölle. Spielen. Du entschuldigst... Oh, hab ich gelacht. Da ist ja so lustig, dieser Junge da. Der Sommer... Der Sommer hat... Einfach mal da... Da ruhe hinten auf den billigen Plätzen, Kollege Schnürschuh. Bist du besser. Ben. Warum? Er hat angefangen. Er hat angefangen, er hat nur gesagt, dass er gerne Fußballer werden will. Und dann hast du so behindert gelacht. Das tut mir alles so leid. Das macht nichts. Die Witze kenne ich alle. Der hat ein dickes Fell, der Brie. Der hat ein dickes Fell. Ich kann damit leben. Also, ich glaube ja, dass du ein überragender Fußballspieler wärst. Dankeschön. Oh, die Lehrerin ist lieb. Sie supportet ihn. Gibt ihm ein gutes Gefühl. Hey, Kumpel. Hey, Dad. Ich helfe Ihnen damit. Nein, geht schon, geht schon. Quatsch. Bitte schön. Das ist nett, aber er sagte, es geht. Sie sind der Vater? Was für ein Vater hilft seinem behinderten Sohn nicht mit der Tür? Die Art Vater, die weiß, dass sein Sohn das schon hinbekommt. Also, dass sie da hingeht und helfen will, ist sehr freundlich. Aber sie hat nicht vorzuschreiben, was der Vater macht und was er nicht macht. Also, vielleicht wollen die das ja auch lernen, dass er das alleine hinbekommt. Also, es ist nett, dass sie geholfen hat, aber das reicht denen jetzt auch. Also, ne, misch dich da nicht angelegen, äh, ein, wie der Vater seinen Sohn da erzieht. Für die sein Sohn mehr ist als seine Behinderung? Wow. Ich muss dich wohl nicht mehr verteidigen. Ne, das kann er selber. Der hat ein dickes Fell. Der ist, äh, der ist kaltschneuzig. Auch schon gemerkt? Ich komm noch zu spät zum Probetraining. Er hat auch ein CR7-Shirt an. Bisschen Gas. Bingo. Der Bray ist ein Allrounder. Sehr gut, stopp und, sehr gut, schön. Trippeln, trippeln, trippeln. Oh, oh, sorry, ich hol ihn. Das geht schon. Wow, schöner Schuss. Du musst nicht extra nett sein zu ihm, weil du dich sonst schlecht fühlst. Was machst du hier, Alex? Wie sieht's denn aus? Er hat ein Trikot an, er will mitspielen. Kollege Schnürschuh, du mit deinem olivgrünen Shirt. Äh, mach mal ganz schnell einen Abflug. Wenn du noch einmal so bescheuert last wie vorhin, dann haben wir ein dickes Problem. Gibt es nicht eine Liga für Leute wie dich? Was? Neben dem Vater. Der Vater steht einfach daneben. Angst, ich könnte besser sein als du? Und los. Probetraining? Cool. Also, Leute, ihr wisst, es können ja nur neun teilnehmen. Das bedeutet, einige bleiben draußen. Einen könnten wir ja schon weglassen. Ein Wort noch. Und du hast es mit mir und mit Baby Fredolin zu tun. Und zwar, äh, und war Baby Fredolin in sehr aggressiver Stimmung und das willst du nicht erleben, Kollege. Du schaffst sowieso nicht ins Team. Warum läufst du nicht? Oder besser, humpelst du nicht hier weg? Auf meinem Platz herrscht Respekt voreinander. Ah, gut. Ein Machtwort vom Coach. Das ist nämlich wichtig. Dass die autoritären Personen, wie Coaches, wie Lehrer, dass die was sagen. Dass die nicht weggucken und lassen, sondern dass die was sagen. Ein Machtwort sprechen. Und vor allem beim Sport, vor allem beim Fußball und vor allem im eigenen Team. Da hat man, da hat man nochmal, verdammt nochmal Respekt vor seinen Teammitgliedern, ja. Man hat sowieso Respekt vor jedem anderen Menschen. Aber jetzt hier beim Sport besonders. Yes, Sir, also lass das. Tut mir leid. Hey, sag, ist das dein Dad? Ja, warum? Ich werde kurz mit ihm reden. Ihr anderen? Kegeltraining. Also schön. Und los! Hey, ihr Sohn hat Biss. Das gefällt mir. Danke. Der lässt sich halt von nichts unterkriegen. Ich muss Ihnen sagen, er kann nicht mit Klicken aufs Schwellen. Das habe ich befürchtet. Er hat ihm nicht gefallen, denke ich. Kann man da nichts machen? Die Liga erlaubt es nicht. Naja, er könnte ein Bein bekommen, ein Fake-Bein, oder nicht? Aber es ist halt schwierig, sich damit zu bewegen. Und ob das überhaupt damit geht. Oder er meldet sich halt extra in einem Fußballteam an. Für Behinderte halt, ne? Oder für körperlich Beeinträchtigte. Was denn? Er benutzt eine Prothese. Prothese, nicht Fake-Bein. Prothese, das Wort hat mir gefehlt. Ich stelle die Krücken. Ist ja dann erlaubt. Ja. Ja, ist wahrscheinlich sehr teuer, so eine Prothese. Kostet, glaube ich, so fünfstellig. Das habe ich gecheckt. Die Versicherung zahlt die veranschlagten 7.000 Dollar nicht, also fällt es flach. 7.000, okay, doch vier Stelle. Trotzdem viel Geld. Schauen Sie ihn sich an. Er ist gut. Sogar mit den Krücken. Er wäre eine Verstärkung und er würde sie nicht enttäuschen. Das bezweifle ich. Die Schiedsrichter lassen das nicht zu. Er kann mittrainieren bei uns, aber mit den Krücken kann er nun mal nicht ins Team. Da gibt es Regularien leider. Ja, weil mit Krücken ausfällt geht halt nicht. Da kann es halt nicht ordentlich. Ja, aber da gibt es auch eine Verletzungsgefahr. Also, ja, er muss halt irgendwie diese Prothese bekommen. Es tut mir leid. War, Gang. Dieses Video hat ja Minimum 7.000 Aufrufe. Minimum, viel, viel mehr. Wenn jeder einen Euro gibt, dann haben wir schon die 7.000 zusammen. Das Video hat ja aber, das Video hat, das Video macht ja bestimmt 50.000 oder so. Also, es muss sogar jeder nur, es muss irgendwie nur jeder 10 Cent geben. Das würde auch schon reichen. Oder 20 Cent. Jeder einzelne Zuschauer. Und dann hätten wir die 7.000 für ihn zusammen. Und 20 Cent tut keinem hier weh, oder? Oh, Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Ah ja, wahrscheinlich haben die sogar noch finanzielle Probleme. Ja, deswegen sind sie weit von den 7.000 Dollar entfernt, das zahlen zu können. Ei, ei, ei. Hey, was machst du? Hey. Ich beantrage eine neue Kreditkarte. Aber der Antrag wurde abgelehnt. Dad, wir brauchen keine neue Kreditkarte. Wir haben schon genug Schulden. Wie auch immer. Ich denke immer noch an das Training. Ich glaube, ich kann es ins Team schaffen. Ja. Ja. Also deswegen, ähm, Alex, bist du dir denn sicher mit dem Fußballspielen, Junge? Er macht sich natürlich immer noch Hoffnung, weil, ja, der Trainer hat es halt nur dem Vater erzählt. Und der Vater muss ihm das halt jetzt ganz nett beipflichten. Aber ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, irgendwie an diese Prothese zu kommen. Ja, du weißt doch, wie sehr ich es liebe. Warum fragst du überhaupt? Ich mache mir Sorgen wegen Verletzungen. Weißt du, mit dem Bein. Entspann dich. Das geht schon. Du sagst doch immer, die einzige Behinderung im Leben ist Blindheit gegenüber den Möglichkeiten. Du hast recht. Bin so stolz. Ich, danke. Ich, ich gehe dann mal hoch. Schau mir noch ein paar Fußballvideos an. Wir sehen uns morgen. Hab dich lieb. Ich dich auch. Er kann es ihm natürlich nicht ausreden, weil er liebt seinen Sohn und er will das Beste für ihn. Ah, guck, nee, okay. Hier drüben, hier drüben. Oh, na los, los, los. Den hab ich, den hab ich. Hey, hey, hey. Ja, komm, Alex, den hast du. Tor. Gut gemacht, Alex. Also, er hat es auf jeden Fall drauf. Die Veranlagung, das Potenzial ist da. Die müssen nur an diese Prothese kommen. Ich sag's euch. Glaubt ihr, den hätte ich nicht gehabt? Ich hab ihn das Tor machen lassen. Oh, Digga, chill doch. Sei doch ein guter Verlierer. Und jetzt so reinig, hätte und so. Guck mal, wie die ihm alle einen Zeit ergeben. Ja, klar. Nächstes Mal lass ich dich machen, dann sehen wir. Oh, okay. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich bin beeindruckt. Ist wirklich gut. Aber das ändert nichts daran, dass er nicht in die Liga kann mit den Krippen. Haben Sie's ihm gesagt? Nein, ich bringe es einfach nicht fertig. Ich warte noch auf den richtigen Moment. Das bringt man nicht übers Herz als Vater. Den Traum von dem eigenen Sohn so zu zerstören. Okay, er lädt ein YouTube-Video hoch. Komm her. Schau mal. Ah, er lädt das Fußball, wie er das Tor geschossen hat, lädt er hoch auf YouTube. Okay, vielleicht könnt ihr mit den Videos halt ein bisschen Geld verdienen, dass sie davon dann die Prothese kaufen können. Das wäre eine Idee. Oh, na los, los, los. Den hab ich, den hab ich. Hey, hey, hey. Der Schuss war echt gut. Ich glaub's nicht. Ich seh immer noch Benzli. Eigenlob stinkt. Sag das nicht über deinen eigenen Schuss, aber der war echt gut. Sicht von mir. Der Pulle? Den kannst du vergessen. Solche Leute ignoriert man am besten, Junge. Ja, da hast du recht. Aber trotzdem seine Blicke. Lädst du es auf YouTube hoch? Ja, ich arbeite aber noch an der Beschreibung. Geht's dir gut? Weißt du, ich hatte ein gutes Gefühl von vorne herein. Aber nach heute denke ich, sie nehmen mich. Ja. Was meinst du? Ich, ähm, ich fand dich großartig und ich bin so stolz auf dich. Nein, 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 Dad. Ich meine, komm ich ins Team. Glaubst du, die nehmen mich? Er muss es ihm jetzt sagen. Er muss es ihm jetzt sagen. Okay. So, das übers Herz zu bringen, das ist so vernichtend. Es gibt was, worüber wir reden müssen. Okay, um was geht's? Ich hab mit deinem Coach gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Krücken auf dem Platz nicht erlaubt sind. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Okay, aber was soll ich tun? Ohne Krücken geht's nun mal nicht. Ich weiß, es tut mir leid, aber der Coach kann dich deswegen nicht ins Team holen. Das ist lächerlich. Ich bin besser als die meisten und das mit Krücken. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich wünschte, wir könnten irgendetwas tun. Ich fühl mich so schlecht. Er kann nichts machen und auch der Coach kann nichts machen. Das darf man ja auch nicht jetzt hier falsch verstehen. Der Coach kann ja auch nichts dafür. Die müssen diese Prothese, das ist die einzige Möglichkeit. Oder er kommt halt in ein Team mit, für, also für Leute mit körperlicher Beeinträchtigung. Aber ich glaube, da will er nicht spielen. Das ist sehr hart, das ist sehr, sehr hart für ihn. Wir machen ganz kurz die Grüße, Freunde. Grüße ganz raus an die Mar-Gangster, an Celi, an Christoph und an Thaddeus, wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst. Folg mir einfach auf Instagram und schreib mir dort eine Nachricht, ja. Ich grüße mal in jedem Video drei Leute, für die, die es nicht wissen. Nein, nein, warte, lass uns drüber reden. Was denn, Dad, es gibt nichts zu reden. Ich komm klar. Es tut mir so leid für ihn. Es ist hart, es ist hart, hart, hart. Das ist mein Sohn, Alex. Er ist ein so wunderbarer Mensch, mit vielen Talenten. Er ist liebenswert, ein Kämpfer. Er liebt seinen Vater und vor allem, er lässt sich einfach nicht unterkriegen. Wissen Sie, als Alex geboren wurde, war alles ganz normal bei ihm. Außer der Sache mit dem Bein. Okay, ist genetisch, also er ist nur mit einem Bein auf die Welt gekommen. Seine richtigen Eltern, sie, ja, sie kamen damit nicht so klar. Also gaben sie ihn zur Adoption. Was, die gaben ihn zur Adoption frei, weil er nur ein Bein hat? Diese haben gesagt, ja, also wir würden ihn behalten, wenn er gesund wäre, aber dadurch, dass er jetzt krank ist und nur ein Bein hat, geben wir ihn weg. Was ist das denn? Mensch ist Mensch. Ein Bein, zwei Beine, der juckt doch nicht. Das finde ich heftig. Also wenn man ein Kind weggibt, weil man sich nicht gerecht um das Kind sorgen kann, weil man überfordert ist und weil es dem Kind schlecht gehen würde, dann kann ich es verstehen. Aber dass sie es davon abhängig machen, ob das Kind gesund ist, das finde ich halt schon verwerflich. Und frei. Was sie als Makel empfanden, war doch eigentlich ein Segen. No. Obwohl er nicht wie die anderen war, wollte er niemals anders behandelt werden. Er bestand immer darauf, dieselben Dinge wie andere zu tun. Und so geht es vielen, so geht es vielen. Sie wollen gar keine besondere Behandlung, sondern einfach ganz normal behandelt werden. Besonders beim Fußball. Als er das erste Mal gegen einen Ball trat, war es so wie geschehen. Er trainierte Tag und Nacht und mit der Zeit wurde er einer der besten Spieler in der Liga. Aber wissen Sie, wenn man sich auch selbst... Wer liest sich denn so eine lange Beschreibung durch? Nein, Spaß, ich mache nur Spaß. Aber ihr liest doch auch nicht bei jedem von meinen Videos meine Beschreibung, oder? Da steht eh nichts Besonderes, da sind halt meine Links drinne, das Originalvideo, bisher meine sozialen anderen Plattformen, wo ihr mich überall abonnieren könnt. Instagram, Snapchat, TikTok und so, aber... Naja, aber wahrscheinlich, wenn er darauf hinweist, dann lesen es vielleicht viele. Nicht über seine Behinderung definiert, so tun es andere leider andauernd. Es gibt diese Regel, dass Krücken auf dem Feld nicht erlaubt sind und deswegen kann er nicht spielen. Leider habe ich nicht das Geld, ihn mit einer dieser neuen Prothesen angemessen zu unterstützen. Alex Dad speichert die Beschreibung und lädt das Video hoch, ohne sich viel davon zu versprechen. Er hat ein Maggi auch bei seinen ersten Videos und ein paar Tage später war es auch um mich geschehen. Tage später bemerkt... Na, fünf Jahre später. Ich habe fünf Jahre Videos hochgeladen, ohne einen Cent damit zu verdienen, Leute. Ja, dass das Video tatsächlich in Kürze... Oh, es geht echt viral. Alex macht Tor während eines Probetrainings. 3,5 Millionen Views. ...dass der Zeit viral geht. Und dann innerhalb von ein paar Tagen bekam es Millionen von Klicks. Von Menschen auf der ganzen Welt. Da verschluckt man auch schnell mal den Kaffee. Aber was ihn wirklich umhaute war, dass jemand eine digitale Spendenaktion startete für Alex' Prothese. Help Alex play soccer. 8.200 sind schon von 7.000. Was? Die haben schon das Ziel? Die haben das Ziel schon erreicht. 43 Leute haben nur gespendet. 200, 600... Boah, richtig großzügige Menschen bei GoFundMe. Das war's schon. Krass, die haben das Geld zusammen. Der erzählte es seinem Sohn und sie beide waren sprachlos. Und so kam er schließlich ins Krankenhaus, wo man ihn operierte. Ja, jetzt noch toll, 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 dass alles gut geht. Nach ein paar Wochen hatte er seine nagelneue Prothese. Zum ersten Mal in seinem Leben brauchte er keine Krücken mehr, um zu laufen. Das ist schön. Okay, Jungs, ich hab gute und schlechte Nachrichten. Welche wollt ihr zuerst? Die guten, bitte. Natürlich die guten. Nein, die schlechten. Okay. Der nervt mich. Mach mal einen Abflug. Warum bist du überhaupt immer noch in dem Team? Okay. Also, die schlechte ist, dass seit heute einige Jungs offiziell nicht mehr dabei sind. Die guten Neuigkeiten sind, obwohl morgen der letzte Trainingstag ist und nur acht von euch in der Auswahl. Ihr es alle ins Team geschafft habt. Was ist los, Ben? Freust du dich nicht? Ich wusste von vornherein, ich komme ins Team. Ich wusste von vornherein. Sei doch froh. Sei dankbar jetzt, dass du drinne bist und jetzt so großkotzige Sprüche. Geiler Vibe. Alle freuen sich. Und er so, ich wusste eh, dass ich ins Team komme. Ach, komm. Schaut mal. Alex. Er läuft. Du hast zum... Hi, Leute. Alex ist Nummer 9 und mit dem Team, weil das sind... Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und er ist Nummer 9. Und er hat ja gesagt, neun Leute. Komm zurück. Neues Bein. Wir haben dich nicht vermisst. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ich auch. Kriegt euch wieder ein. Es ist zu spät. Die Frist ist rum. Also... Bro, er hat am Anfang neun gesagt und es sind nur acht Leute. Wenn du zählen kannst, Bruder. Und du bist nicht raus. Du bist doch sogar auch im Team. Was geht dich das an, ob er mit im Team ist? Was ist dein Problem, Kollege? Er ist doch drinnen, er hier. Wenn er jetzt rausflickt und irgendwie neidisch ist, okay, dann könnte man es ja noch ein bisschen verstehen. Aber du bist doch sogar im Team. Lass ihn doch jetzt einfach mit im Team sein, Digga. Was ist dein Problem? Komm her. Eins gegen eins. Los. Theoretisch ist morgen der letzte Tag des Probetrainings. Er hat immer noch Chance. Er war einen Monat weg. Wie soll das denn gehen, Leute? Ah, er war auch einen Monat weg wegen der Operation. Stimmt. Du solltest dir lieber Gedanken um dich machen, bevor du dich da einmischst. Ja. Richtig. Jeder weiß, dass ich der beste Spieler im Team bin. Also, ich weiß nicht. Er hat dich mit einem Bein geschlagen. Ja. Mit zwei von der Stelle dich zum... Ja. Frühstück. Oh, mit zwei von der Stelle dich zum Frühstück. Also, selbst deine Teamkollegen haben alle einen Einwand, Kollege. Du scheinst definitiv nicht der Beste im Team zu sein. Ha, ha, ha. Das war reines Glück. Das wird nicht nochmal passieren. Ich besiege dich auch ohne Beine. Nur mit dem Kopf. Weißt du, du redest echt viel. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wovon redest du? Ich fordere dich raus. Einer gegen einen. Eins gegen eins, habe ich doch gerade gesagt. Jetzt gibt es eins gegen eins. Der Coach guckt auch nur zu. Will sich das Ganze angucken. Best out of three. Wenn du gewinnst, kannst du meinen Platz haben. Wenn ich gewinne, machst du ja eine Fliege für den Rest des Jahres. Deal? Warum geht der dieses Risiko ein? Der ist so dämlich. Der könnte im Team sein. Alles gut. Nein, er macht jetzt noch... Alex, das musst du nicht. Oh, 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 oh. Hey, yo. Boah, vor allem. Also er war jetzt einen Monat weg, hat einen Monat jetzt ja keinen Fußball gespielt. Und auch die Prothese ist natürlich neu. Er muss natürlich auch ein Gefühl dafür bekommen. Okay, denn doch... Okay, dann habe ich das falsch verstanden, Leute. Denn sind doch nur acht ausgewählt. Und jetzt entscheidet sich das jetzt. Spielen die Gegner, oder machen die nur einen Elfmeterschießen? Nee, die machen Elfmet. Nee, die machen eins gegen eins. Best out of three, Bro. Es steht erst 1-0. War das eine gute Idee? Easy. 1-1. 1-1. 2-1. Ist okay. Wie geht's jetzt weiter? Naja. Wenn Ben den abhängt. Hat er gemacht. Vielleicht nehmen sie dein Bein wieder zurück, wenn's nicht zu spät ist. Ja. Warte nur, bis du verloren hast. Komm schon, Junge. Ich glaub an dich. Aber das ist ja doch best of five, oder? Weil wenn er jetzt verteidigt... Keine Ahnung. Ist doch egal. Oh, mach es, Junge. Schön. Auf rechts. Jawoll. Stopp. Übersteiger links-rechts. Getunnelt einfach. Er hat ihn einfach... Oh, nein. Er war vor dem freien Tor und er haut den einfach daneben. Oh, Junge. Den hätte Babyfried Wien sogar gemacht. Nein. Ist okay. Ich hab's dir doch gesagt, dass du's nicht schaffst. Versuch's doch mit Himmel und Hölle, hab ich doch gesagt. Selbst die ganzen Leute, wir sind alle voll enttäuscht. Die waren alle für ihn. Ich hab dich enttäuscht. Machst du Witze. Du warst toll. Ich bin so stolz. Mann, der kommt frisch aus der Operation. Sein Bein ist neu. Der muss sich auch erst mal daran gewöhnen, Alter. Er hat ein Handicap und wurde frisch operiert. Richtig, ja. Es war besser, als ich es je könnte. Krasse Job, Alex. Nein. Nein, du kannst immer noch ins Team. Nein. Deal ist Deal. Gehen wir? Wir sehen uns nächstes Jahr. Hä? Jetzt hat er ja sogar ein Bein. Und jetzt will er gar... Also das ist jetzt sinnlos. Ihr pfeift doch auf den anderen. Okay, ja, Deal. Wettschulden sind Ehrenschulden, aber... Digga, jetzt hat er ja sogar ein Bein. Jetzt ist er sogar möglich, weil er keine Krücken mehr hat. Bye, Alex. Hey. Junge, ist alles okay? Ja. Kein Ding. Ich hatte keinen Kopf. Ey, ich bin Phil. Ich arbeite bei Nike. Tja, oh. Hallo. Warte mal, er wollte wie Cristiano Ronaldo mit einem Nike-Deal sein. Und jetzt kommt einfach ein Nike-Mitarbeiter. Ey, ich hab dein Video gesehen. Ich muss zugeben, mein Team und ich, wir waren sehr beeindruckt. Äh, echt jetzt? Absolut. Vor allem die Beschreibung ist eine wirklich inspirierende Story. Wir wussten sofort, dass du genau der Typ Athlet bist, mit dem wir arbeiten wollen. Komm, sie... sie machen Witze. Der hat einfach seinen ersten Sponsor-Vertrag mit Nike. Den hab selbst ich nicht. Nike, wenn ihr Bock habt, ich hab Bock. Nein. Kein Witz. Hast du einen Moment? Ich möchte mit dir über Sponsoring sprechen. Das ist krass. Er könnte einfach das Werbegesicht für Nike sein. Als du interessiert bist. Oh mein Gott. Es war... Es war schon immer mein Traum. Natürlich. Absolut. Prima. Wir haben da schon ein Konzept erarbeitet. Was? Was? Krass. Die haben sogar schon so ein Plakat gemacht. Wie er mit Krücken, den Ball und so... Die einzige Behinderung im Leben oder Beeinträchtigung, eine Person nicht als mehr zu sehen. Sozusagen. Er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Cristiano Ronaldo in manchen Positionen. Also er könnte Cristiano Ronaldo in klein sein, ne? So in manchen Situationen hab ich das jetzt gerade gedacht, vom Gesicht so ein bisschen. Liebe... Komm, komm. Was soll das alles? Warte, ne Sekunde. Gleich da. Oh nein, der hat ihm das Auto gekauft. Er hat ihm Porsche gekauft. Der hat ihm einfach ein Porsche gekauft. Was? Hast du ein... Ja. Ich konnte die alte Rübe nicht mehr sehen. Die alte Rübe. Ja. Nike-Deal. Nike-Sponsoring. Gibt natürlich auch gut Geld, ne? Also hab ich dir neues gekauft von meinem Nike-Geld. Warte, das ist für mich? Ja. Oh mein Gott. geworden mit dem viralen YouTube-Video und, und, und. Also das ist euch beiden zu verdanken. Und er hat natürlich jetzt den Deal. Und natürlich will er sich irgendwie revanchieren. Und mit so einem Nike-Sponsoring, da kann man auch ordentlich absahen, ne? Du, du hast an mich geglaubt. Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Ja. Kommen wir. Dreh ne Runde. Let's go. Im Porsche ne Runde cruisen. Oh yeah. Freunde, das war's mit diesem Video. Ich bin dein Margot. Lasst ein Abo da. Das könnt ihr auch gestern einfach hier. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt die ab. Jeden Tag neue Videos. Ihr wisst ja, wie es ist. Babyfrühle, den ich sage. Ciao. Und bis morgen.